Hallo liebe Freunde und Herzen, willkommen auf dem zweiten Kanal. Hier gibt es heute wieder Highlights aus den Twitch-Livestreams. Ihr könnt auch gerne mal live dabei sein, wenn ihr darauf Bock habt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Wo ist mal der Typ hin? Au, der hat sich ein Spino gegönnt. Das Ding ist, ich würde mich schon mit dem Anlegen an sich, aber ich glaube, das ist nicht smart, weil mein Barri nicht gelevelt ist. Ich würde sagen, ja, ich hätte schon Bock. Oder ich hätte halt noch was. Vielleicht. Hast du von diesem neuen Game da gehört? Na, da trittst du auch direkt zweimal nacheinander, das ist halt sad. Das ist halt auch nicht so bad, glaube ich. Es sind zwei draußen, äh, Small irgendwas. Small Island, oder wie das heißt? Heißt das so? Wo ist denn der Typ? Der wird von Todons richtig auseinandergenommen. Small Land. Ah, das mache ich doch. Habe ich doch einfach. Gutes Duell, was wir hier haben. Oh, ich habe ihn getrunken. Das war schon mal nice. Er läuft ab und zu einfach. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Oh, das wird jetzt problematisch. Kann ich healen? Ich kann in drei Sekunden healen. Okay, 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 okay. Wir machen das smart. Warte. Warte. So, wir machen jetzt den smarten Move, den extra smarten Move. Nehmen dich. Steigen wir ab. Nehmen den auf Follow. Oh, mein Gott, nein. Das ist doch dann nicht so smart. Greif doch an! Okay, eigentlich habe ich ja drauf. Dann legen wir das halt so. Ich kann ihn nicht treffen, wenn er hinter mir ist. Okay, jetzt ist es wohl besser. Er ist schon nackig. Aber mein Barri ist halt auch one. So, nice. So geht das doch. Hä? Hier ist ja ein Gegner. Und er läuft einfach. Er ist lost. Oh, fuck. Ich bin lost. Vielleicht bin ich lost. Achso, das war kein Hit. Ja, finde ich auch. Hä? Game? Er ist einfach anders wild. Er ist einfach Dodge Master 9000. Ah, jetzt ist er auch nackig. Okay. Er muss einfach ein Pudel nachladen. Ruhe. Ja, mach ruhig. Kai, lass dir Zeit. Survival of the Finest ist halt dead. Ich würde sagen, Survival of the Finest würde ich auch gerne mit dir spielen. Das hat auch super viel Spaß gemacht. Aber, da sind halt zwei Lobbys und fünf Leute drin. Also, eigentlich so gut. Ich wollte gerade sagen, mir macht es halt echt super viel Spaß. Sonst würde ich es nicht spielen die ganze Zeit. Und es machen auch große Leute echt ein bisschen Werbung dafür. Und strengen sich an, dass das was wird. Aber, klappt einfach nicht. Anscheinend. Weil dieser Russ Clark, der spielt das auch viel. Timeout? Loot 4 hat nicht mal was geschrieben und will schon Timeout, ey. Loot 4, warum ist das so? Willst du nicht mit uns kommunizieren oder was? Äh, ich glaube, hier ist ein Giga. Und ich weiß noch nicht genau, was ich mit dem machen soll. Chat. Was mache ich mit einem Giga? Hier kann ich doch nicht töten oder alleine kann ich? Vielleicht anzünden. Vielleicht anzünden. Brennende. Brennende, Giga, Brennende. Gibt ja vom Brennen mehr Schaden als vom Compound-Bow? Ehrliche Antwort bitte. Obwohl, der sieht schon so aus, als wenn er ein bisschen gelitten hat, ehrlich gesagt. Ja? Ja, okay. Schade, wenn man ein Giga zähmt in der Runde, ehrlich. Und denkt, man hat eine gute Zeit in Survival of the Fittest. Na, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Er dachte, er dachte kurz. Er dachte, er gewinnt die Runde. Ich habe einen dicken Giga Level 3. Was soll passieren? Weiß ich nicht, Bruder. Da kommt ein Barry. Er hat Rocket Launcher draußen. Er schießt einfach auf seinen eigenen Giga. Gute Sache. Guter Mann. Er schießt nochmal auf seinen eigenen Giga. Hey, das steht das erste Mal an Versehen. Junge. Das war Welt. Okay, das war Welt. Humano. Humano. Das war's. Tut euch mal leid. Humano. Wenn ich zwei Rockets auf mich geschossen hätte, wäre ich tot gewesen, ey. Also, mein Barry halt. Ich nicht unbedingt, aber. De, de. Geht schon wieder an die nächste Runde. De, 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 de. Oh, noch ein Barry. Hä? Ich habe das. Oh, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier nicht raus. Ich kann doch nicht hier hin. Das ist halt unschön. Oh. Oh. Ich treffe ihn nicht. Er muss rennen. Er rennt komisch. Nicht so smart. Wo ist er? Der Shotgun im Wasser. Habe ihn nicht erwischt. Sad. Oh, er nimmt den Compound-Po raus. Das muss ich doch ein bisschen auffassen. Shotgun hätte ich noch getankt, aber Compound-Po macht doch ein bisschen Damage. Shotgun. Okay, er nimmt wieder Shotgun raus. Okay, sehr gut. Schieß mal weiter mit der Shotgun. Geht schon. Geht schon. Er lebt nach. Ganz in Ruhe. Kein Problem. Compound-Po macht man. Das Ding ist, wenn man so von einem Dino runtergeschossen wird, hat man irgendwie noch lange nicht verloren, finde ich. Die geben das immer so auf, aber ich mache richtig oft Teams noch fertig, nachdem ich von meinem Dino runtergehauen wurde. Da sitzt einer zwischen den Bäumen. Was ist das? Kalli? Von einem Spieler besetzter Kalli? Ich sehe halt nichts. Weil er mir einen Stein entgegenwirft, habe ich glaube ich ein Problem. Er wirft ihn nach vorne. Perfekt. Der ist zurückgekommen an der Wand abgeprallt. Das war wild. Okay. Ey, ich bin hier nicht tot. Das ist ein Bulle. Soll ich euch. Soll ich der Endgegner. Den habe ich abbekommen. Mein Kredit. Die anderen alle nicht. Ey, den du ich mit. Das ist halt ein Schnapper. 300 Punkte. Ist denn das da vorne? Oh, das sind Raptoren und so ein Shit. Yo, Kalli, bist du bereit? Oh, warte, warte, warte. Mein Rocket Launcher ist nicht bereit. Okay, schade. Hat Varo wieder irgendwas gemacht, oder? Oh, die rennen, oh, die rennen auf mich zu. Das wird wild. Das wird wild. Wenn die alle gleichzeitig den angreifen, schießen die Rocket rein. Oh, scheiße, mein Barry ist low. Hä? Was ist da passiert? Ich habe es nicht gecheckt. Ihr habt nicht gecheckt, was da passiert ist, ehrlich gesagt. Der hat getroffen. Oh mein Gott, das ist, das ist doomed. Jetzt ist wirklich doomed. Oder? Vielleicht noch nicht komplett. Okay, doch, vielleicht. Siehst du, ich bin halt zu Fuß. Guck mal, was ich da noch machen kann. Ich nehme auch sein ganzes Team Hops. Jetzt kommt halt der andere Typ dazwischen. Mein Muffin ist zu gut. Guck mal. Ich habe ihn getroffen. Nice. Okay, ich habe die Scheiße auch abbekommen. Das war nicht so nice. Hat sich nicht so gut angefühlt. Oh, das hat sich auch nicht so gut angefühlt. Ehrlich gesagt. Rüstung, please. Danke. Oh, ich habe gewonnen. Das war der letzte. Guck mal, ich war zu Fuß. Ich war zu Fuß. Der hatte ein ganzes Team. Wie können Leute aufgeben? Wie können Leute aufgeben, wenn die zu Fuß sind? Guck mal, was man da reißen kann. Ich verstehe es nicht. Oh, da witzig. Ich verstehe es nicht. Ich loote nebenbei noch einen Drop. Hedging einfach. Ohne Witz. Hä, wilde. Scheiße. 15 Dino games, 6 Kids. Das war sogar eine gute Runde. Das ist eine YouTube-Runde, glaube ich. Das ist eine YouTube-Runde. Let's go. Pock. Richtig Pock. Falls euch das Video gefallen haben sollte, guckt doch auch gerne bei diesem empfohlenen Video vorbei oder bei dem letzten, was ich gepostet habe. Oder lasst ein Abo da. Ich wünsche euch allen noch einen ganz, ganz, ganz schönen Tag oder Quiz. Gucken. Bis zum nächsten Mal.